Wir sollten versuchen, organisch zu wachsen und das praktizieren, weil das ist Basisdemokratie. Nur wegen dem kommen sie zu uns. Wenn wir das nicht haben, haben wir eine freie Auswahl. Nehmen wir das CDU, CSU, FDP, oder nimmst du die Basis, oder nimmst du den Totenhöfer und bist alles die gleiche Mist. Also verdammt nochmal, wir müssen irgendetwas haben, was die anderen nicht haben. Und das haben sie nicht, das haben wir ja noch nicht mehr, aber das verdammt nochmal haben sie nicht. Untertitelung des ZDF, 2020